Was sei denn... Hier oben ist irgendwas. Hier ist auf jeden Fall Munition. Da drüben ist noch jemand. Wie kommen wir denn... Oh. Das war... Das war unklug. Ähm, wo habe ich die Pipebombs da? Wo bist du? Ach, da unten. Er war da unten. Oh shit, der ist der Mann. Na gut, dann... Was nehmen wir denn mal? Hier. Schrotflinte. In your face. Okay, da ist er auf jeden Fall Munition für den Shrinker. So, wie kommen wir denn da oben auf diesen Gang? Hast du noch Munitionen? Nö. Hier haben wir es jetzt auch nicht. Ja, wie müssen wir da oben rauf? Beziehungsweise... Ja gut. Machen wir doch einfach so. Wenn wir das Jetpack schon haben. Äh... Äh... Hm... Hm... Ja, aber ich frage mich gerade, wie soll man hier hinkommen, wenn man kein... ...kein Jetpack hat? Das ist ja... ...irgendwie unmöglich, oder? Licht. Ach ne, das ist wieder... Ah, genau. Hier kommt wieder der... ...komische Fahrstuhl. Wo geht's hier hin? Achso, ja, kommen wir hier wieder raus. Okay, ich sehe noch was hinter. Oh. Tada! Ein Secret gefunden. Na gut, dann gucken wir doch mal, wo wir hier hinkommen. Vermutlich kriegen wir, oder brauchen wir hier jetzt die blaue Karte, um die gelbe Karte zu... ...holen, vermute ich mal. Nur eins. Oh. Oh, nochmal... Zwei. Okay, habt ihr hier irgendwas? Was ist das? Kann ich nichts mitmachen. Munition ist schon wieder voll, na klasse. Äh, okay, hier ist noch... Ne, Moment, das ist der Schalter für das Dingens. Ah, für... ...vast aid, nehmen wir mal mit. Ist hier noch was? Devast aid der Munition. Es ist wieder extrem dunkel hier. Achso, bevor ich es wieder vergesse, vielleicht mal speichern. So, ich hab dich gesehen. Ist das ein... Ja, ist ein Fahrstuhl. Ich frag mich eigentlich, wie bedient man diesen Fahrstuhl? Es gibt keinerlei Knöpfe. Sehr merkwürdig. Komm, komm, komm. In your face. Ein Lüftungsschacht. Gehen wir doch erstmal in den Lüftungsschacht. Ja, doch. Wow. Was macht der hier im Lüftungsschacht? Oh, hey Saga. Lass mich in Ruhe. Wie gut, dass es gar nicht dunkel hier ist. Ich höre irgendwas blubbern. Äh, ist das hier wieder alles Blut? Blut? Oh. Na toll, Kraken. Komm, Krake, Krake, Krake. Oh shit. Das war scheiße. Wobei, wir haben noch jede Menge Energie. Wow, 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 wow. Hey Saga. Okay, das waren drei. Ist das Wasser hier giftig? Ja, doch ist es. Ich hab euch gehört. Nummer vier. Ah, Fässer gar. Achso, die ist tot. Schrotflatten Munition. Was mach ich denn mit den Weibern hier? Ähm. Huch. Keine Wirkung? What the fuck? Oder funktioniert die unter Wasser noch? Äh. Aua, 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 aua. Wieso verliere ich jetzt Energie? Dahinten habe ich irgendwas aufgesprengt. Au, au, aua. Lass mich da rein, lass. Au, aua, 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 aua. Achso, meine Boots sind wahrscheinlich... Äh, haben wir ihre Wirkung verloren? Kann ich nicht... Ah, doch. Jede Menge Pipebaums? Ist nur noch irgendwas... Versteckte... Dings? Nö. Okay. Da ist auch nichts. Ähm... Pass auf. Zermatscht. Okay, ah, lauf, lauf, lauf. Hier rein. Gut, ich speicher lieber nochmal. Au, au, aua. Ah, ah, ah. Hier rauf. Äh, hier rauf? Ach, das ist... Ah, scheiße. So. Das ist nur so ein dünnes Teil. Oh nein, nicht drohnen, nicht drohnen, nicht drohnen. Huah, lass mich hier weg. Lass mich in Ruhe. Okay, unsere Energie sieht nicht ganz so toll aus. Irgendwo ist hier noch. Heck, ja. Oh, das war scheinbar zu nah. Okay. 13 Energie. Huah. Scheiße. Okay. Ähm, ja. Das war mal wieder hochprofessionell. Äh, wann habe ich gesprächert? Da war ich schon, ne? Hm. Ich überlege gerade, mit welcher Waffe... Da komm, bleibe ich mal da. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss überhaupt. Ja, hoch hier. Irgendwie häng ich immer unter dem Rand da fest. Hier geht es wieder runter. Ja, ja, ja. Scheiße. Also auf der Seite geht es wieder runter, aber... Wie komm ich denn da weg? Kann ich vielleicht mal eben... Ja, nein. Runter. Und hoch. Drohnen, Drohnen. Oh, fuck. Stirb, scheiß Drohne. Alter, wie verhält die denn? Oh, scheiße. Äh, geh weg von mir. Okay, das war die Drohne. Hm, ja, ich seh... Oh, ein Schalter. Äh, what the fuck. Ach, jetzt kommen wir da rüber, okay. Ja, aber scheinbar ist man da wirklich nur rausgekommen, indem man... Wow. Indem man auch wieder sein... Jetpack benutzt hat. Wo sind wir jetzt? Ja, da hat er noch ganz gesehen. Ich vermute mal, wir sind jetzt da, wo wir in den... Lüftungs... Oh, shit. Wo wir in den Lüftungsschach gegangen sind, aber scheinbar nicht. Ja, ich bin gut. Oh, der Warn wieder von der Tür zerquetscht. Oh, Mann. Ich frag mich, wer sich so ne Türen ausgedacht hat, die die Leute einfach zerquetschen, wenn sie dazwischen stehen. Na ja, die Frage ist, ist es da rüber oder hier lang? Ich glaube, ich gucke erstmal hier. Wo ist denn der andere überhaupt? Oh, ach so, das hängen... Es sind wieder nur gedärmt, oh shit, da hinten ist der Jabba. Stirb, Jabba! Ah, toll, jetzt steht er direkt vor der Tür. Hier, Pipebomb für dich. Pipebomb! Okay, das hat ihn erledigt. Ähm, hört dieses... Ja, okay, das Feuer hört auf. Da oben ist immer noch der andere Typ, pass auf. Nimm ne Rakete! Boom! Okay, ah, Raketen. Wobei viel lieber als Raketen hätte ich jetzt eigentlich Verarztung. Äh... Höre ich drohen? Nein, ich glaube nicht. Da oben habe ich Verarztung gesehen. Oh shit, da ist noch so ein Jabba. Also mit dem Devastator sind die echt... Oh. Wow. Was verliere ich Energie, wenn ich kurz davor stehe? Ähm... Der ist gleich der... Oh, Stiefel. So, da oben kam ich so normal nicht hoch. Nee. Da ist aber die... Gelbe Zugangskarte. Ja, genau. So, Jabba brauchen wir nicht mehr. Rüstung. Ähm, ja, das ist... Alles, was wir schon gesehen haben, ich glaube ich werde beschossen. Nee, noch nicht. Wow! Und ob ich beschossen werde. Okay. So, damit hat sich das auch erledigt. Ähm, ja, da oben war sonst... Nee, da war nichts. Die Frage ist jetzt... Aua. Äh, müssen wir das vielleicht wieder in die Luft sprengen? Nein, vielleicht so. Nein, vielleicht... Wow. Scheiße. Ach man, was soll denn das? Na geil, ich habe nicht gespeichert. Ich bin so ein Idiot. Na komm, Jetpack. 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 Runter und hoch. Na toll. Oho. Aua, aua. Okay, drunter weglaufen ist keine gute Idee. Ist ja nicht noch... Ja, passt die zweite. War's das schon? Okay. Hm. Na gut, aber wer kann denn auch ahnen, dass dieser komische... Aua, 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 aua. Scheiße. Das hat ziemlich Aua gemacht. Ähm... Wer kann denn auch ahnen, dass dieser Reaktor da erstmal explodiert und uns mitreißt? Es kam wieder... ...völlig unvorhergesehen. Ich bin mir grad im Unklang, aber ich... Ach so. Ich hab ja auch noch Verarztung. Muss ich glaube ich öfter mal dran denken, dass man ja auch Medipack immer noch mit hat. So, Jabber, ich seh dich. Wow. Der sieht mich scheinbar auch. Äh, ach da. Aua. Fuck, 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 fuck. Das war... Das war wieder höchst professionell. Komm, gib mir den hier. Und Tür auf. Und erledigt. Ah, verdammt. Und... Tod. Okay. So, und jetzt kamen doch eben welche von hinten. Wo kam denn die her? Hier ist alles ruhig. Wahrscheinlich kommen die erst, wenn ich da oben bin. So, machen wir ihn mal auf. Sammle den Kram hier ein. So, jetzt müssen die eigentlich kommen. Oder? Kommen die vielleicht erst, wenn ich wieder an diesen Monitor herangehe? Ich speichere hier nochmal. Ja, ich würde sagen, sie sind unterwegs. Oder? Doch, sie stehen vor der Tür. Holy shit. Holy shit. Okay, das waren die beiden schonmal. Was haben wir denn da? Eine riesige Antenne. Kann ich das... ja. Erstmal alles kaputt machen hier. Das kann ich nicht kaputt machen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. So, nochmal speichern. Also merken wir uns nicht hier rumstehen. Wo, 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 wo. Okay. Der Boden... Achso, jetzt würden wir auch hier hochkommen. Hätten wir keinen Jetpack. Okay. Kann ich jetzt rein, ohne Aua zu machen? Ja. Hat uns da sonst noch irgendwas gebracht? Ist hier irgendwas? Nö. Nö, nö. Ist hier was? Nö. Okay. Das war's dann hier, soweit ich das sehe. Okay.